So, ich habe total versäut. Es hat mir den Speicherplatz nach dem letzten Mal spielen nicht gegeben. Und ich wollte das mit Alki machen. Und bin schon auf dem Weg hinaufgegangen. Was nicht so schlimm ist wie, dass die Army Mission out ist. Und dass mir die noch nicht angezeigt, komischerweise. Wunderlich. Ich weiss nicht wo die Horde herkommt, aber sicher vom... Jetzt das auch noch. Das ist wirklich sagenhaft. Aber die Army Mission unterscheidet mich ein wenig an. Wahrscheinlich wäre ich scharf drauf, ein Army-Mizglied in meiner Truppe zu holen. Das ist eigentlich schon besser trainiert. Da kommt irgendwie eine ganze Gruppe hinterher. Hey, ich wollte ausweichen. Die Enklaven sind irgendwie auch drauf gegangen, als würde das Spiel laufen irgendwie weiter, auch wenn du nicht spielst. Die Zombie-Stim. Er hat sich schon verwandelt. Sehr geil. Sehr geil. Und irgendwo ist noch die Absüchtung rum. Der hat eben meine Alki gekillt. Der Army hat gar nichts gemacht. Ich muss eigentlich noch etwas sammeln, aber es erfällt. Das kann ich nicht machen. Warum darfst du mal so, dass ich mit Schmerzmitteln vollladen werde? Die Leute, das ist mir ein Rätsel. So. Die Leute, die wir hier nicht machen. Darüber müssen wir uns immer auf der Hand bringen. Die Brüder sind aus dem Auto. Die Brüder sind ganz gut. Die Brüder sind ganz gut. Die Brüder sind ganz gut. Ich muss die anderen auch etwas besser aufleveln. Die Militärmission hätte zwei Leute gerettet und sie wären gut gewesen. Das stresst mich. Ich könnte gute Leute brauchen. Sit tight, I'm bringing this stuff home. Roger that, we'll be waiting. Juhu, komm. Das geht besser. Das ist meine Schlagwaffe-Spetze. Bei ihm kommt natürlich keine Top-Süchtung. Letztes Mal konnte ich die Figuren nicht mehr wechseln. Das ist leider immer noch vollbar. Ich glaube, das ist auch noch eine Herde. Bei Basis. Ich habe den Scharfschutz eingestellt. Wie geht's? I'm almost there. We'll crack open a cold one for you. Wir müssen sofort etwas hinten reinladen. Dann muss ich unbedingt mal den Infektionsherd räumen. Vielleicht habe ich das mit einer Person, die eine Ansprache braucht. Ich möchte vor allem hier die Basis ausbauen, damit ich Autos hier flicken kann. Das wäre cool. Das ist mir lieber noch als Munition. Natürlich würde ich beides geben. Und... Bang! Was macht er jetzt damit? Er soll... Er soll... Er soll nicht laden. Ich ziele ja gar nicht. Oh Gott. Ich hoffe, dass... Das bleibt nicht so in diesem Spiel. Moment. Sie braucht sogar eine Ansprache. Alle Verletzten. Einen Tod. Keine neuen Leute geholt. Das hat eine Fehlgebracht. Meine Basiserweiterung. Wie viele Personen können hier liegen? Sehe ich das? Schlafplätze. Er muss doch irgendwo... Betten. Nicht jedes Bett. Aber es ist doch nie jeder gleichzeitig zuhause. 40... Hallo. Letztes Mal habe ich das beides ausgebaut. Genau. Machen wir die Schlafbaracken besser. Für das Flicke sollte das noch dauern. How's it going? Come on! We're going to take a walk. I'm on it. Streamteam. Und... Alle Aufträge weg! Uiuiuiuiuiuiui! Was ist das? Aktuelles Ziel vor allem. Alle Spezialmissionen, die wir hier zeigen, sind weg. Wir gehen hier drauf. Ich habe für ein normales Auto. Wir nehmen das so mit. So. Hier kommt Minimals. Ich wechsle immer wieder. Weil zwar die Mission kann ich sein. Also die Moral wird von Herden gesenkt. Die Tensions sind sehr hoch, oder? Es ist so. Es sind Leute über dich. Ich bin gut. Ich bin gut. Die Zombies im Wolf Meter. Es geht schlimmer. Ich komme auf keinen grünen Zweig. Die ganzen Enklaven sind tot. Obwohl ich ihnen geholfen habe. Nein. 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 Weg. Warum gibt es mir keine extra Points? Komm. 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 Here they come. So. Zwei Herden sind vernichtet. Jetzt auch hier. Jetzt brennen wir wieder. Wieder eine Horde weg. Schau. Hier ist noch eine Bullenkarre. Die hier am Arsch ist. Nein. Das Schlimme ist. Da werden ewig viele rauskommen. Dieser Raum ist voll. Das heisst. Ich muss zurück sofort. Nein. Du kannst gut schießen. Ich hoffe, du schiessest mal. Ich muss mich immer drüber schiessen. Jetzt sind schon viele Nätze. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Wollen wir. Wir gehen auf die Seite. Bis er den nachgeladen hat. Sie muss natürlich hier reinstecken, weil er nicht helfen kann. Aber es ist zum Kotzen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Schleunigen wir das? Ja, haben wir noch mehr Material? Ich hoffe, den Karren bringen wir noch ganz hoch, ohne dass er explodiert. Ich hoffe, den Karren bringen wir noch ganz hoch, ohne dass er explodiert. Wir könnten eigentlich mal Autos flicken. Ja, haben wir auch noch heissen Benzin. Nein. Jetzt machen wir noch diesen und diesen hin. Zum Blauen müsste ich jetzt gehen. Ich weiss nicht, wie die Wichtigkeit der Aufträge ist. Äh, da war doch noch mehr. Ja, da war er weg. Juhu. Jetzt muss ich die Kreise erweitern mit der Looten, weil es besser ist, dass du dein Lager dort looten lassen lässt. Jetzt muss ich die Kreise erweitern mit der Looten. Ich muss das selber machen. Okay, steige ein, Mädchen. Wir nehmen den Schnellweg nach Hause. Bullshit machen. Das sollte klappen, oder? Jetzt kommen die Zombies. Jetzt braucht es jetzt gerade nichts, ehrlich gesagt. Das ist gut. Einer ist da drin. Moral ist wieder top. Zwei zu wenig. Zwei zu wenig. Äh, den Hammer lassen wir auch hier. Ob ich eins hätte ich nehmen können. Die Waffen würden so ein Bock gepflegt. Aber... Moralproblemzone. Es muss dort jemand hin. Ich kann irgendwie nicht... Ich kann irgendwie nicht... Die will ich noch nicht haben, oder? Das ist richtig, ja. Wir sind schwer angeschlagen. Ich hätte vielleicht doch besser als Medikament genommen. Ich wechsle mal die Waffe auf... ...das, was ich immer nehme. Die ganze Geschichte streng ist jetzt weg, weil ich sie verbockt habe. Das ist in diesem Spiel echt schwierig, dass... das ist in diesem Spiel. Jetzt darf ich bei Bewaffnung mal schauen. Ein bisschen besser... Du siehst die Leben noch. Aber ich kann mit ihr nicht mehr... ...interagieren, weil die andere... Sie ist wahrscheinlich noch die letzte Überlebende hier. Das ist der Scheiss, wenn... ...die Hauptfigur weg ist. Einer ist gestorben von denen. Die reden nicht mehr mit mir. Die braucht irgendwie Vertrauen, oder? Gibt es das, wenn ich denen da... ...hilfe zu nagele? Gibt es das, wenn ich denen da... Aber nicht wirklich. Wenn die Hauptfigur tot ist, ist wahrscheinlich alles gelaufen hier. Ich habe denen geholfen, dass... ...die müsste echt Vertrauen haben zu mir. Gut, dass ich die Tür aufgebrochen habe, ist sicher auch gut angekommen. Das war natürlich auch vertrauensbildend. Das ist ein Enklaven. Könnte ich dir das als Ausserposten eingetragen? Aber unten der Waffenladen... Ich muss sagen, der ist gut positioniert für das. Für die ganzen... ...Plünderer. Ich muss schnell verlieren. Hey! Ui, da kommt... ...eine Horde. Wir müssen da ganz schnell raus. ...eine Horde. ...eine Horde. ...eine Horde. Was ist das gemacht? Kann ich irgendwie nicht. Ich muss zuerst den ganzen Raum... ...sichern... ...sichern... ...eine Horde. ...eine Horde. ...eine Horde. So geht das. ...eine Horde. Sehr gut. ...eine Horde. Ah, das war mein Auto. Was hat in die Luft gejagt? Das ist alles im grünen Bereich. Der Ausserposten ist perfekt. ...eine Horde. 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 So. Ich glaube, dort habe ich noch Medikamente... ...m Wagen, oder? ...eine Horde. ...eine Horde. Die roten sich schon zu härten zusammen. Verlösen ihn auch etwas kommen lassen. Auf dem Spiel Schaden rein. Verlierer schon wieder. Der Verlust wäre übel scheisse. Z.B. hier. Bevor er tot ist. Schon wieder. Hey, die Waffe geht kaputt. Gewinn dir was. Ich sehe es gerade. Gnadenloses Zombie-Kill. Testen wir auch. Magen wechseln. Der ist noch tipptopp. Der ist noch tipptopp. Der ist noch tipptopp. Jetzt wird es mir gerade wundern, ob hier etwas drin ist. Eines haben wir in diesem Fall abgehalten. painstab, das ist noch tipptopp. Äh? Äh? Ähm. Äh. Finisch ihn mit dir? Sehr schön. Musik in meinen Ohren. Jetzt ist es auf einmal direkt hier. Wir sind ja richtig. Irgendwie könnte ich noch einen Sprungangriff, aber ich habe nicht mehr... Ui, das ist voll hier. Ich bin ja nicht mehr so fit. Ich lasse nicht mehr ganz auf. Ja, da fliegen die Schattelspäckchen. Nicht so schlecht. Zurück nach Hause. Mit 2D fehlt zu viel Food. So was ich mich noch erinnere. Und ich bringe wieder etwas mit. Wir haben nur ein Fahrzeug, zwei Taschen Food. Mit einem abgefuckten Auto bewegen. Kommt sie, oder? Aber wir können uns nicht bewegen. Also beginne zu spielen. Oder du bist auf deinem Axt. Ich sehe nur noch meine kaputten Fahrzeuge. Das ist schon ein Axt und ein Hort. Das ist ein Hort. Ich denke, wir können hier den Löcher raus... Ich bin fast da. Wir werden einen kalten. Okay. Da ist nichts drin. Danke für die Papptalk. Es hilft dir. Danke. Das sieht so aus mit dem Bau. Da muss ich dir irgendetwas... ...sorgen sichern für... Ich habe momentan genug Plätze. Ich musste dringend mehr Leute haben. Ich musste mehr mit anderen. Jetzt habe ich natürlich nicht mehr steuert. Jetzt habe ich keinen. Attention Survivors. Only those who abide by the laws posted outside the courthouse are eligible for the protection of the sheriff's department. If you want to keep your guns and keep your own scavenge, you're on your own. Ich habe schon lange eine Mission von einem Doktor bekommen. God bless. Bye. Hey you. Was ist der Scheiss, dass ich dich noch nicht darf... See ya. Wo sehe ich? Du siehst nämlich eindeutig, dass du so... Ah... Ich bin gerade gekommen, aber das Problem ist... Was mache ich? ... Das ist das... Und das... So geht das. Hei, hei, hei. Bleibt mir nicht mehr rufen. Das ist auch gut. 2 kill. Ich sehe welche ich wählen kann. Zum Beispiel hier. Wo ist dieser auf Mission? Das darf ich zum Beispiel nicht wählen. Er ist müde. Sie ist schlafen. Ich müsste ihnen helfen. Langsam tauchen wieder Missionen auf. Sie leben also. In diesem Fall müssen sie schon in die Stadt. Ich habe es nicht geschafft, dass jemand hinter mir steht. Dass ich neue Spieler habe. Das heisst, wir helfen mal dieser Gruppe. Sie versuchen hier aufzunehmen. Das sind eh, glaube ich, nur noch 2 Personen. Ich weiß nicht, dass die eine Person nicht da ist, weil sie Hilfe braucht. nuggets. Auch hier besuchtige als Kehl. SchAU Schau! Da ist gerade das Gehirn zum Kopf ausgefallen. Die brauchen meine Hilfe! Ich bin müde. Wir nehmen noch die neuen Teammitglieder. Jetzt bleibt mir noch die Spelhange. Komm Mädels, steigen. Dann steigen sie nicht mehr ein. Tiptops Fahrzeug. Oh, oh, oh. Der gründet nicht mehr. Wieder kann man horden. Das ist schön. Du kannst wieder irgendwo eine Versichte stellen. Da hat niemand mehr. Wenn wir das clever machen mit den Lager... ...können wir wahrscheinlich... ...den Aussenposten... ...können wir uns... Oh, die kommen! Die kommen, die kommen, Mädchen! Hörst du dich dumm an mit? Die werden überlastet. Oh, die kommen, die kommen, Mädchen! Hörst du dich dumm an mit? Das ist sicher ein einzeln. Das ist sicher ein einzeln. Jetzt ist es zur Erholung. Das ist nicht gleich die hilfreichste heute. Es sind auch schon bessere Tage. Was ist die Kiste? Das Lager? Verschwindet das einfach? Hier gibt es ja nichts. Das kann ich nicht als Heimatbasis brauchen. Höchstens eine Aussenpost. Aber ich glaube, der ist auch schon in diesem Umkreis. Wir sollten eher, dass wir hier draussen noch einen haben. Zum Beispiel hier oder so. Das wäre sicher auch nicht schlecht. Dann würde sie gar nicht mehr glauben, so zum Hauptlager zu kommen. Das ist eigentlich hier noch. Und noch die Küder. Die Lagerkiste von dem ist verschwunden. Ich hatte gerne die Munition. Das sind glaube ich mehr so die Sachen, die die Figuren in den Items, die sie persönlich mit sich geführt haben. das haben wir uns nicht untersucht. Die Karte fährt weiter. Entschuldigung. Ich habe jetzt einen vollen Verlass geschlagen. Jetzt wird es noch Nacht. Die ist gut. Ich würde sie gerne in unserem Trupp. Ich würde sie gerne in unserem Trupp. Hallo? Nix. Ist alles schon gelootet. Wir können schon wieder gehen. ZDF 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 Ich bin fertig. Jetzt braucht sie aber unbedingt. Aber ich glaube sie wird so zurückgelassen. Ui, Entschuldigung. Die Molotow Cocktails sind sehr wichtig. Ich komme nicht mehr durch. Sie sind sehr wichtig gegen die Fat Boys. Die Schlimmsten sind noch gar nicht gekommen. Die fette Typisten. Die Schlimmsten sind sehr wichtig. Es war ein Mann, der auf meiner Straße lebte, als ich ein Kind war. Der Biker Steve. Ich weiß nicht, ob er eigentlich ein Biker war. Ich weiß nicht, ob er eigentlich ein Biker war. Ich weiß nicht, ob er es war. Ich komme nicht mehr durch. F*** dich! Pisschen Sie sich bitte aus dem Weg. Das war früher noch nicht so krass. Jedes Mal, wenn ich einen mit And whoever your favorite football team is, they're a bunch of pussies! Halt's weiss, ne? They beat the shit out of him. Cops had to tase a couple of them just to pull them off and bite their steve. Sie haben ja schon wieder fast eine Stunde gespielt, für heute längstens den. Und dann bin ich nicht viel vorwärts gekommen. I'm straight up picking fights with zombies for shits and giggles, you know? Äh... Da kommt schon einer. Ich hoffe, die sind aktiv, meine Leute. Wir holen den Kaffee, den kann ich gleich brauchen. Den nehmen wir gleich. Den nehmen wir gleich. So, die Fitness müssen jetzt besser werden. Immer noch müde, aber okay. Das ist ein ganz schlechtes Lager, im Fall. Das Problem ist, es kann nur einer einsteigen. Das macht der andere, seckelt der mit. Ich will... So, die müssen wir hier hin. Halt. Die wollen direkt zu uns ins Lager kommen, oder? Nein. Warum zeigt es mir dort einen grünen Pfeil an? Danke. Wir haben es von hier. Ich kann nicht genug bedanken. Schau, ob ich unser Lager aufnehmen kann. Du redest nicht mehr. Wie geht es dir? Ist das noch gar nichts? Ist das wahrscheinlich irgendwie mehr... Ist der Rauner von Jack? Jack ist still missing. Was ist das? Ist das Jack? Super. Super. Der ist übrigens schon lange auf Mission verletzt mit kaputten Beinen. Aber wo? Hier. Den holen wir. Den holen wir. Aber nicht mehr mit diesem Fahrzeug. Was ist das? Scheisse. Rekke Zeit. Rekke Zeit mehr. Kein Crash mehr. Flick den Scheiss. Flick den Scheiss. Flick den Scheiss. Das ist ja auch noch hier. Ich fahre für Özelot. Ich fahre für Özelot. So. Das ist ja noch mal. Ich fahre für Özelot. Ich fahre für Özelot.